Die Polizei leitete eine Alarmverhandlung ein, diese verlief bis dato negativ. Der Mann ist rund 20 bis 25 Jahre alt, 170 bis 180 cm groß, ist relativ schlank und war dunkel gekleidet. Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at, das könnte Sie auch interessieren, jetzt kommentieren, Kommentar lesen, Lai. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.